Hey! Melding, würde ich erst einmal wieder sagen. Melding! Uns hat gerade schon mal ein Video aufgenommen, aber... Ja! Dann ist mir noch eine halbe Stunde viel rausgefunden, dass ich keinen Sound nicht drin habe. Nur die Stunde hoch. Bester... Lange über die Stunde hoch! Ja, eine Minute, das glaube ich über die Stunde. Easy Cap! Ja, ich hole nicht einen Sound da geschaut. Also, da ist der Zeitpunkt, wo ich das Video aufnehmen, ist es Sonntag. Also, heute kommt der Stream. Aber so geht das überhaupt. Eigentlich möchte ich nur so, dass mein Stream kommt. Weil das Video da ist, dann kommt er mal aus, ne? Ja... Und dann kommt er dann mit dem Stream. Hm... ... 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 jetzt mit Knopper nur äh 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 du wenn wir das hecht Dax hm das Video auch Full HD äh 2 oder 4K 4K ok gut also Full HD weil bis i 4K ohne Lohn ja Dax ich frag mich nicht ich frag mich für was brauchst du mich dann wo Hul da ist bei mir sogar die Atomikbomb drin ne ja Trau vom Walde komm ich her ich muss schon sagen meine Kremburg ist leer ja 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 Ich mach doch grad ein delicious Video. Ich muss einfach einen Bitch Smash. Boah, boah, mach du Damm-Streme und Kling halt. Was ist alles? Dax, ich möchte mal ein Video machen. Ähm... Ich möchte einen Damm-E-Von-Private, dass ich für Dax. Äh, ja. Äh, nein, der Greg. Wo, ich? Nein, der Greg, der Greg auch schon. Hau, ich bin schon wieder da. Ach, stellt jemand, der Greg schon wieder in der Tür, he? Mhm. Ja, aber Bum-Bum, ich glaube, ich hätte da jetzt auch ein Urteil spielen, ne? Ich würde mich bei deinem Video spielen. Ja... Ich könnte so spielen, Dax. Ich kann auch geben dann noch ein Urteil-Video machen für den, äh... für den Mia. Möberteil. Mmh, Bon-Bon. Ich wirf dich in die Krasch jetzt um mich. Und da, wenn du selbst raus kommst, kommst du rein. Jawoll. Geil. Ja, die Kraschina, bitte schau mal, wie der geil. Die Garn-Faulen, wenn sie auch noch gewinkst. Ah, das ist gut. Das ist gut. Die Garn-Faulen. Ja, oh mein. Okay. What is it? Okay. Oh, my name is Adam. Das war's für heute. Das sind die nächsten Dachbüren da und die dann haben wir ja nicht Stream-Videos gemacht. Das war's für heute. Das ist Paukchen. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.